Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Atempause von und mit Timo Niesner. Dein Podcast rund um das Wunderwerk unseres Körpers, die Atmung. Gründer von Restorative Breathing, Apnoelehrer, Business Coach und Mentaltrainer Timo Niesner taucht zusammen mit dir jede Woche nicht nur weiter in Themen rund um die Atmung ab, sondern unterstützt dich auch dabei, mehr bei dir selbst anzukommen. Für deine persönlichen Atempausen. Dann erstmal herzlich willkommen hier im Atempause-Podcast. Josephine Ross, schön, dass du hier bist. Du bist ja auch eine Atemlehrerin und machst ganz viele verrückte Sachen, zu denen ich dich jetzt gerne noch ein bisschen befragen möchte und ausquetschen möchte. Bevor ich aber dich vorstelle über das, was ich über dich gelesen habe, würde ich dich erstmal dazu einladen, dich mal selbst in deinen eigenen Worten kurz vorzustellen. Ja, danke. Danke, Timo, für die Einladung. Josephine ist genau mein Vorname, Ross der Nachname. Ich bin in Hamburg ansässig, bin auch hier geboren, war aber auch schon überall anders in Deutschland wohnhaft und arbeite als, ich nenne es Breath-Coach, auch wenn, sage ich dazu, der Begriff ist noch nicht geschützt. Wurde ich schon mal gefragt von Kunden und arbeite eben hauptsächlich da mit dem Atem für Unternehmen als auch für Einzelpersonen, vornehmlich sogar für Frauen. und komme eigentlich tatsächlich von ganz früher aus Marketing und Fashion und bin dann über die Jahre durch Yoga, also ich bin Yoga-Lehrerin, zum Atmen gekommen und habe das eben als meine Expertise und meinen Fokus gefunden. Ja. Sehr cool. Aus dem Bereich kommen wir sehr viele raus, bis zum Yogischen. Auch die letzten Teilnehmer, mit denen ich gesprochen habe, ob Soundhealing oder spezifische Atemtechniken, die kommen auch aus dem Bereich mit raus. Das liegt ja auch sehr nahe über Pranayama, da haben wir einen sehr guten Zugang zur Atmung. Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, deine Zielgruppe sind schon sehr viele Frauen, auch wenn ich deinen Insta-Account, deine Homepage anschaue, korrigiere mich da mal gerne, wenn ich da ein falsches Wording für dich benutze, aber eher die Frauen dabei zu unterstützen, ihre Weiblichkeit so reinzukommen. Du hast auch diesen Begriff Sexual Breathing mit reingebracht. Kannst du mich da mal so ein bisschen abholen, was ist damit auf sich? Genau, wie gesagt, also aus dem Yoga kommen natürlich ganz viele Atemübungen, aus dem Sport, ich mache auch viel Sport, auch Krafttraining, daher kommt ja auch viel Atmung. Und ich habe dann über die Jahre mich ein wenig, ich war auch eine Frau, die sehr in der Männlichkeit war. Männlichkeit ist ja auch gut, das ist unsere aktive Energie, das ist unsere Energie, die uns beim Sport als auch, jetzt sagen wir, im Job zu Strukturen weiterhilft und zu Performance. Aber über die Jahre habe ich gemerkt, mir fehlt etwas. Dann habe ich durch Atemtechniken gedacht, wow, hier kann ich viel, viel mehr für meine Weiblichkeit und meine Energie machen. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich habe daran weiter getestet. Und du kannst ja wirklich auch, ich sage, den Breath-Orgasm haben, hatte ich auch schon Teilnehmerinnen und ich selber. Und insofern habe ich deshalb das Sexual Breathing für mich weiterentwickelt und getestet. Und ich habe es so genannt von Sexual Healing, den Song Marvin Gaye, kennt man vielleicht. Ja, und es geht um Weiblichkeit. Es geht da jetzt gar nicht darum, dass das Unterstützen für deine Sexualleben sein soll, sondern es soll unterstützend sein für dich als Frau, ganz zuerst erstmal mit dir in Kontakt zu kommen. Können ja Männer genauso natürlich durch die Atmung. Aber dadurch, dass wir bewusster in den unteren Bauch atmen, da wo wir im Becken als Frauen gerne alles festmachen, sei das über unsere Kleidung, die wir tragen. Wir engen uns ein, indem wir immer, auch Yoga-Hosen sind hochgeschlossen, sind eng, unsere Kleider sind eng, unsere Hosen sind eng. Dadurch enge ich mir meine ganze Kraft und Energie ein. Dann atme ich nicht mehr richtig in den unteren Bauch und in mein Becken. Und dann kommt eben dazu, dass ich mich vielleicht auch schäme, mich fallen zu lassen, mich auch beim Sex fallen zu lassen und mit meiner Weiblichkeit auch in Kontakt zu kommen, meinen Körper nicht mag. Also da hängt so viel drin, weshalb ich das als, ich sage mal, als kleinen Schlüssel, ich bezeichne es gerne als Tool, aber vielleicht ist Schlüssel ein schönerer Begriff, als Schlüssel, um diese Weiblichkeit wieder zu entdecken. Das ist so der Beginn, um mehr in deinen Körper und in deine Weiblichkeit und auch in deine sexuelle Energie zu kommen. Sehr, sehr spannend. Ich hatte auch mal einen Podcast mit einer Sexualtherapeutin, wo es im Endeffekt darum ging, wie kann ich meine Sexualität oder meine Aktivität beim Sex durch die Atmung unterstützen, steuern, kontrollieren. Wie kann ich damit arbeiten? Das war auch super, super spannend. Jetzt hast du so einen Punkt angesprochen, den Breathing Orgasm, wenn ich das jetzt richtig, richtig mitbekommen habe. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich würde jetzt sagen, ich habe schon viel erlebt durch die Atmung, aber einen männlichen Orgasmus habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ich muss ehrlich sagen, bei der Frau geht das ja schon, also es ist ja durch die Atmung, schaffe ich diesen Platz. Dann verbinde ich das zum Beispiel mit Bewegung und dann kann man den Beckenboden mit dazu nehmen. Und letztendlich geht es um diese, ich komme auch vom Yoga, Kundalini-Yoga, wer es vielleicht auch mal gehört hat, da geht es ja auch um die Rising Shakti, das ist die, vom Kundalini sagen wir jetzt eine Schlange, die im unteren Becken sitzt, die quasi durch Atemübung und durch Bewegung wächst, in dir wächst, bis du zum höheren Selbst irgendwann kommst. Und das ist aber auch das Weibliche, was einfach in unserem Becken sitzt. Und wenn ich dort Platz schaffe, Bewegung nutze, den Beckenboden mit Ansteuer, was man übrigens beim Sex auch tun kann, für beide Seiten schaffe ich eben, dass ich wirklich durch diese Atmung, durch lautes Atmen, hatte ich auch ich selber als auch Kundin, dass sie eben dadurch kommen können. Das heißt, das ist eine Stimulation von innen heraus, als würde ich sagen, mit dir selbst, mit deiner Weiblichkeit, natürlich kannst du dich dabei auch anfassen. Dann ist es natürlich Sex mit dir alleine quasi, mit Atmung und mit deinem Körper und mit anfassen. Für Männer ist das, habe ich es jetzt ehrlicherweise noch nicht getestet. Das wäre wieder was anderes wahrscheinlich. Okay, das heißt aber, also der erste Schritt ist hier, was du beschrieben hast, der Sexual Breathing Orgasm geht in die Richtung ohne manuelle, wie soll ich das sagen, Integration. Und ohne das andere Geschlecht oder ohne ein anderes Geschlecht, vielleicht so besser zu sagen. Okay, also das ist, okay, kannst du uns da so mal ein bisschen abholen, also mich und die Hörer, Hörerinnen, die hier mit dabei sind, was dabei so aktiv passiert, du hast gesagt, es gibt Bewegungen, Conellini, klar, ist ein Begriff, da gibt es auch einige Sachen, die wir über die Atmung natürlich übernehmen können. Was machst du denn da so konkret bei diesem Sexual Breathing? Was ist denn wichtig? Also ich kenne das ja vom Holotropenatmen auch, da hat viel eigentlich das Setting damit zu tun. Was sind denn so deine, ja, um, wie soll ich das sagen, Faktoren, die deine Teilnehmer dabei unterstützen, dort anzukommen? Also erstmal natürlich, wie bei, würde ich sagen, anderen Praxisen auch, ob so ein Atmung, holotrophes Atmen, wie du sagst, Setting ist drumherum, ist es natürlich auch hier wichtig, dass du einen Raum hast, wo du dich wohlfühlst. Ja, einen geschützten Raum, dass du nicht nebenan laufen, irgendwie die Kinder und der Mann durch vielleicht, oder dein Kollege bei der Arbeit, dann musst du schon einen geschützten Raum schaffen. Das kann ja sogar auch im Bett sein, das muss ja nicht wie bei mir vielleicht auf der Yogamatte sein. Also erstmal machst du es dir schön, ne? Das Surrounding ist für uns ja auch ganz wichtig. Dann sage ich immer, lade ich dich oder lade die Teilnehmerinnen dann dazu ein, sich auch gerne selbst schön zu machen. Das ist ja eben dann auch der Vorteil zur Yoga-Praxis. Du musst keine bequeme Kleidung tragen, du kannst etwas tragen, was dich sexy und wohlfühlen lässt. Ja, ich lade sie dazu ein, dass was für dich schön ist. Für mich sind das zum Beispiel Kleider oder auch ein Negligé, Dessous, irgendwie so ein Mantel oder so. Und dann gehört dazu auch das Surrounding vielleicht mit Düften. Also es gibt ja verschiedene ätherische Öle oder du hast vielleicht ein Lieblingsparfum, was dich sofort in diese Energie, in die sexuelle Energie, was dich sexy fühlen lässt, hebt. Und das Ganze vielleicht noch vorher mit Berührung verbinden, gehört schon mal dazu. Das ist quasi erstmal so die Vorbereitung. Und während der Praxis ist es bei mir im Sitzen. Du kannst dich natürlich jederzeit, sage ich auch immer, hinlegen, wenn du dich mehr geerdeter fühlst oder mehr mit dir im Körperkontakt bist, wenn du liegen kannst. Im Sitzen ist es dann eigentlich ähnlich wie beim Kundalini. Also da gibt es verschiedene Praktiken, unter anderem eben klassisch, sage ich auch wie im Yoga, Katze, Kuh im Sitzen, ganz doof gesagt. Das heißt, ich bewege den Brustkorb nach vorne und ich werde rund, wenn ich nach hinten gehe und ausatme. Und durch die Bewegung bewege ich, kommt die Bewegung auch aus dem Becken. Ich schaffe quasi eine Bewegung, wenn man mich jetzt sehen würde, und du denkst, ja, sie könnte jetzt auch vielleicht Sex haben. Ja, also es ist eine Vor- und Zurückbewegung. Das typische aus dem Becken Platz schaffen. Und wenn ich dann schaffe, auszuatmen, Platz zu schaffen, mit der Einatmung mehr Raum in den unteren Bauch zu kriegen, loszulassen, dann kannst du dich da, get high on breath ist so ein schöner Begriff, finde ich, du wirst dann richtig high. Entweder kann die Energie nach oben steigen, wie das auch beim Psychedelic Breath ist oder anderen Atemtechniken, wo man sich eher, also auch Wim Hof, so in die Performance schubst, oder ich atme mehr nach unten. Also immer wieder gebe ich den Fokus Richtung Atmen, das Becken, Atmen, den unteren Bauch, pafter Platz. So, und das ist genau das, was dann geschieht. Und dann sage ich immer meist auch dazu, wenn du magst, versuchst du den Beckenboden mit anzusteuern. Also wirklich anzuspannen und loszulassen, anzuspannen und loszulassen. Und dadurch kommt eben genau das, die Energie. Das ist natürlich, ich informiere mich da auch, ich bin jetzt kein Mediziner, muss ich ja dazu sagen, würde gerne, das ist jetzt ein Aufruf, mit einem Sexualmediziner mal dazu sprechen. Aber ich lese gerade ein Buch, kann ich sehr empfehlen, Vagina heißt es. Da geht es natürlich um die Historie, als auch um das Jetzt, wie wir geprägt sind, medizinisch, als auch Studien. Und da geht es eben auch darum, was kann ich von innen heraus steuern, wie viele Nervenenden haben wir in uns? Wir haben als Frau, ich kann die Zahl jetzt nicht auswendig, aber wir haben wesentlich mehr Nervenenden Richtung Unterleib, ob es von innen oder von außen ist, als Männer. Dementsprechend macht es total Sinn, das zu stimulieren und nicht immer nur mit den Händen, sondern eben auch von innen heraus. Und diese Nervenenden sind natürlich verbunden mit dem Gehirn und mit dem ganzen Körper und können dadurch den Orgasmus auslösen. Und der Orgasmus ist ja nichts anderes als Energie durch Nerven, durch Hormone, die einfach eine ganz fantastische, kreative Energie herauslösen oder auslösen können. Und sie schrieb, früher haben die ganzen wirklich Künstler, was natürlich zum Beispiel Autorinnen sind, die haben nur, wenn sie in einer Affäre waren, meist waren sie dann in Affären mit einem anderen Künstler oder die Muse eines Künstlers, haben sie die besten Stücke geschrieben, nachdem sie einen Orgasmus hatten. Und gut, das ist jetzt nicht mein Hauptthema, aber dieses Sexual Breathing ist einfach ein Tool, um zu dieser Energie zu kommen, um diesen Platz zu schaffen, die Erdung, das Körpergefühl erstmal zu entwickeln. Und zwischendrin sage ich dann auch manchmal, wenn du magst, und das ist alles offen, die Kameras dürfen ja aussahen, das sind zum Beispiel Online-Kurse, kannst du dich gerne streicheln, dich anfassen. Und das ist ja das Traurige, finde ich, dass wir Frauen das uns einfach ganz häufig gar nicht, das heißt trauen, dass wir das einfach nicht tun. Also häufig nicht mehr tun, weil wir irgendwie immer, auch wenn es unterbewusst ist, doch ein Thema mit unserem Körper haben, etwas nicht an uns mögen und sich selber anfassen, ist schon manchmal auch mit Scham behaftet oder mit sich nicht wohlfühlen mit sich selbst. Und das ist sehr schade und da kann die Atmung erstmal helfen, einen Zugang zu finden. Und es kann auch ganz leicht sein. Es muss ja nicht direkt die Ekstase sein und du musst nicht denken, wenn du jetzt nicht da den Super-Orgasmus bekommst, bist du schlecht. Und genau das ist ja der Punkt, was ich nochmal zurück zum Buch sagen wollte. Wir haben viele Nervenenden und trotzdem ist jede Frau anders. Es wird immer gesagt, ja, weil du nicht kommen kannst klitoral oder nicht einen G-Punkt empfindest, bist du falsch mit dir. Das stimmt halt gar nicht. Das wird da in diesem Buch auch gerade aufgehoben, weil jede Nervenstruktur in jeder Frau anders ist. Und deshalb darf der Zugang anders sein. Und du unterstützt im Endeffekt auch deine Teilnehmerin dabei, eigentlich in so einem großen Spielplatz sich selbst zu kreieren und zu sagen, hey, ich entdecke mich jetzt nochmal neu von der anderen Seite. Es gibt ja, ich sage mal gerne, viele Wege für nach Rom. Jeder hat einen anderen Zugang, um dort anzukommen für sich. Und nachher ist es vielleicht nicht Rom, sondern Neapel oder New York oder was auch immer. Oder vielleicht muss man auch gar nicht hin, vielleicht ist man auch noch richtig, wo man ist. Und du gibst im Endeffekt durch die Atmung die Möglichkeit, in diese körperliche Wahrnehmung auch tiefer reinzukommen, in diese Wahrnehmung der eigenen Weiblichkeit, in die Wahrnehmung des eigenen Körpers, in die Wahrnehmung der eigenen Lust vielleicht sogar, auch sich mehr zu spüren, sich mehr zu entdecken. Und was ich auch so schön finde, was du gesagt hast, das auch zu dürfen, sich das zu erlauben, bei sich selbst anzukommen. Ja, das ist ja das, was durch die Gesellschaft, in der wir sind, durch den Stress vielleicht auch abhandengekommen ist. Und ich selber sage ja, meine Historie ist ja einfach auch der Weg und ich mache ja jetzt nichts, was ich irgendwo gelesen habe, sondern was ich wirklich selber alles erfahren habe über die Jahre. Ich habe auch versucht, natürlich irgendwie meinen Alltag vielleicht zu kompensieren und habe sehr viel Sport getrieben, sehr viel Crossfit gemacht. Das ist alles immer so Performance und weiter und schneller. Natürlich atmen wir auch dort, aber in eine ganz andere Richtung. Dann atmest du vielleicht, weil du total geschafft bist, was auch ein tolles Gefühl sein kann. Aber manchmal bin ich dann gar nicht so sehr in meinem Körper, wie wenn ich in dieser Weiblichkeit, in dieser Lust, in diesem Zugang zu mir bin. Und das kann auch unterschiedlich aussehen. Von dem Begriff Spielplatz gar nicht schlecht. Manchmal gibt es einen kleinen Spielplatz und manchmal gibt es einen ganz großen mit tollen, verrückten Sachen, die man auf dem anderen Spielplatz vielleicht noch gar nicht kennengelernt hat. Und wir haben ja auch mal verschiedene Rollen, die wir einnehmen. Ob jetzt die Josefine ist, die ihre Burpees macht oder ob sie denn Josefine ist, die vielleicht für sich einfach in ihrer eigenen Weiblichkeit ist, ist ja was ganz anderes nochmal. Ein ganz anderer Aspekt, der da mal reinkommt. Ein anderer Fokus, den man für sich selbst einfach auch nimmt hier in dem Bereich. Genau. Und das ist sehr, sehr schön. Das heißt, kannst du uns noch ein bisschen bei der Atemtechnik ein bisschen abholen? Du hast ja auch gesagt, ja, es gibt sehr viel Hyperventilationstechnik, die du auch genannt hast, mit denen man arbeiten kann. Wie leitest du das denn direkt an? Also was ich total übrigens auch super schön fand auf deiner Insta-Seite, dass du wirklich auch diese funktionelle Atmung einfach mit reinnimmst. Weil bei vielen Leuten, ich habe jetzt gestern erst für eine Session, habe ich teilgenommen. Ich gucke mir die ganzen anderen Lehrer auch an weltweit, was die so machen. Und da fand ich es ein bisschen schade, dass man einfach nur gesagt hat, atme in dem Bereich ein, atme da ein. Aber die meisten Leute können das ja gar nicht. Also sag mal einer Person, die es noch nie gemacht hat, ab mal in unseren Rücken hinten rechts rein. Da zeige dir einen Vogel. Ja, also das ist ja total schwer. Und ich finde es so schön, dass du das auch immer sagst. Geh in diesen Bauch rein, mach den Bauch frei, lass den Bauch rein. Das ist nichts für irgendwelche Insta-Bilder, sondern das ist für deine Energie. Das ist, um wirklich diese natürliche Atmung reinzukommen. Und das ist die Basis, von der wir dann im Endeffekt anfangen, weiterzumachen. Und ich glaube dann erst in solche, sag ich mal, in solche Momente der vielleicht Ekstase mit reinzukommen, wo wir dann in diesem Bereich Sexual Breathing mit drin sind, oder? Genau, ja. Also ich beginne tatsächlich, habe schon auch immer, deshalb daher kommt ja auch, die Yoga-Stunden begonnen mit Stille, aber Stille eben nicht in klassischer Meditation. Wir haben jetzt einfach mal Ruhe zu haben, weil genau das ist ja für die meisten sehr schwer. Ja, mir eingeschlossen, für mich war die Atmung total toll, weil ich habe mich auch beim Meditieren immer auf die Atmung konzentriert. Das heißt, ich beginne eigentlich und natürlich sage ich, finde einen bequemen Sitz, guck, dass die Sitzbarnhöcker sitzen, fass vielleicht mal die Knie an, richte dich auf. Auch hier beginne ich immer schon mit, zieh die Schultern mal zu den Ohren, atme ein und lass richtig mal los. Da will ich auch bewusst das Seufzen, ja. Wohlwissend, dass natürlich Mundatmung auch nicht immer das Beste ist, aber in dieser Technik ist es gut. So, und dann setz dich hin und dann sage ich auch gerne, nimm die Hände ruhig mal auf den Bauch, dass du das einfach spürst und mit geschlossenen Augen, ohne etwas zu kontrollieren und verändern zu wollen, beobachtest du, wie die Atmung gerade ist und in der Regel ist sie bei uns sehr häufig im Brustkorb und ja auch sehr flach und das kommt natürlich auf die Uhrzeit drauf an, morgens oder abends, sage ich auch immer, spüre jetzt einfach, wie sie ist und verfolge sie. So, und dann gehen wir weiter und dann sage ich, geben wir mehr an den Bauch und dann fokussiere dich auf den Bauchnabel und folge einfach den Bauchnabel, wie er mal nach außen geht und wie er wieder Richtung Wirbelsäule geht. Dann fährst du erst mal ein- und ausatmen. Das ist erst mal so das erste Thema, um da reinzukommen und ich denke, ich bin eben ein körperlicher Mensch, sonst hätte ich das vielleicht auch nicht so gefunden. Für mich hilft dieses Berühren sehr, das zu halten und mal zu gucken, wo geht der Atem gerade hin und dann gehe ich weiter mit erst mal, ja, auf Englisch heißt es ja conscious breathing, verbundenes Atmen, bewusstes Atmen vom Bauch, weiter dann in die Rippen Richtung Brustkorb, das baue ich dann langsam auf, dass wir dann erst mal so Fülle fühlen und verbunden atmen und beim Sexual Breathing geht es dann eher um, wie heißt es, eine Verbindung von verschiedenen Techniken, um das ruhig auch durch den Mund ausatmen, bewusstes Stöhnen, Schreien, was auch immer da rauskommt, durch die Nase wird eingeatmet, durch den Mund oder durch die Nase ausgeatmet und ich arbeite dann dynamisch, auch verbunden, was wir ja vorher langsam geübt haben dann und dann mit Atempausen aber auch, ja, nur dann nicht wie beim Wim Hof, wo es um gewisse Zeiten geht, die ich unbedingt erreichen will, ich mache das eben mit Musik und die Musik, finde ich, leitet das und dann habe ich natürlich ein Gefühl, wann ist jetzt die Pause zu lang oder zu kurz für die Teilnehmer, also ich lasse die nicht, also ich habe da nicht immer zehn Sekunden, sondern ich baue das langsam auf, dass die Pausen größer werden und in dieser Lehre finde ich sogar fast spannender als die Fülle, also beim Yoga kennen wir dieses Einatmen im Brustkorb halten, ich finde viel spannender die Lehre halten, das heißt, ich habe alles ausgeatmet, ich erde mich komplett nach unten, dann gebe ich auch immer den Fokuspunkt nochmal, Bauchnabel oder Becken und dann hältst du einfach hier und dann entsteht da ja ganz viel, da reagiert der Körper ja schon alleine, weil er natürlich irgendwann Panik bekommt, also der Körper denkt ja, oh Gott, ich kriege keinen Atem mehr, ich muss jetzt einatmen und das spürt ja auch jede Person anders durch Kribbeln, durch Krämpfe, vielleicht auch durch Druck, manche fühlen sich schwer, andere leicht, aber auch da gehe ich immer wieder rein in den Körper und sage, spüre jetzt mal den Herzschlag, weißt du, der ist dann ganz leise und ganz langsam wahrnehmbar, vielleicht kannst du einen Puls auch eher im Unterleib wahrnehmen und das sind dann so, finde ich, die spannenden Steps und dann gehen wir wieder in dynamische Atmung und dann mit der Bewegung dazu, mit Bewegung löse ich eben auch vieles aus und den Beckenboden dann dazu, kommt man da immer mehr rein, finde ich. Machst du jetzt auch dann Live-Sessions? Ja, also Sexual Breathing habe ich bis jetzt tatsächlich nur online gemacht, unter anderem, weil es sich halt erst ergeben hat die letzten Monate, Jahre und ich das vielleicht erst mal als geschützten Raum gar nicht schlecht fand, weil jede Frau für sich zu Hause sein kann und wie gesagt auch den Bildschirm aushaben kann. Ich habe jetzt einen Retreat geplant beziehungsweise zwei. Eins ist jetzt hier am 31.07. in Schleswig-Holstein. Das habe ich, weil wir gerade über Rollen vorher gesprochen haben, das habe ich genannt Get Naked. Das heißt nicht, dass wir nackt sind und den ganzen Tag nur atmen, so ist es nicht, sondern da geht es halt um mehrere Techniken, aber es geht eher darum, die Rollen mal fallen zu lassen. Ja, so und das ist so ein erster Test um das Sexual Breathing, also ich habe dort einen normalen Atemteil und dann auch nachmittags habe ich gesagt, machen wir eine Stunde Sexual Breathing zusammen und weil man dann in der Gruppe geschlossen ist, eine kleine Gruppe ist und unter Frauen, das ist dann in dem Falle nur für Frauen, ist man glaube ich nochmal geschützt, obwohl man nicht alleine ist und traut sich vielleicht dadurch, dass es dann als nachmittags ist, auch ein bisschen rein und sich mal fallen zu lassen, weil letztendlich haben wir Frauen alle ähnliche Themen, man redet vielleicht mit der besten Freundin drüber, aber traut sich manchmal im Außen gar nicht so, das zu zeigen. Und das gehört für mich alles dazu, die Rollen fallen zu lassen, die Hüllen fallen zu lassen und wirklich mal in der Dynamik der Gruppe vielleicht auch zu sagen, boah, ich habe mich so noch nie gespürt oder habe im Moment gar keinen Spaß an Sex oder ich habe früher Themen damit gehabt und wollte nicht angefasst werden, was auch immer das sein mag. Da kann auch eine Gruppe sehr viel tragen. Aber dafür muss man halt dann auch bereit sein, deshalb war das Sexual Breathing bis dato nur online und dann in speziellen Terminen, sage ich mal. Da habe ich jetzt in Hamburg an der Alster, würde ich das jetzt nicht machen wollen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, da wird sich eher so eine Menschentraube geben. Einfach mal nur ein bisschen um zuzuschauen, was da so passiert. Genau. Aber das bedeutet, das ist jetzt exklusiv für Frauen. Also könnte ich jetzt als Mann nicht dazukommen online und einfach mal sagen, ich bin mit dabei. Wahrscheinlich eh komisch, oder dann würden alle ihren Bildschirm ausschalten, weil dann will man ja nicht, dass der Mann da irgendwie mit reinguckt. Ja, wahrscheinlich schon. Aber vielleicht sollten wir mal eine Test-Session machen. Was würde bei Männern passieren, wenn sie das mal so für sich erleben? Also wenn man, das ist ja schon so ein bisschen, also wäre mal so ein Test eher. Weil wie gesagt, ich habe das ja bis jetzt nur mit Frauen gemacht. Also ich bin dabei, kannst du mich schon aufschreiben. Bin dann mit dabei. Können wir gerne mal eine Session zusammen machen und dann mal gucken. Ich bin da ja auch ganz offen, ich mache eher das mit. Von daher. Cool. Ja, das ist ja echt, ich finde es super schön zu sehen, welchen Zugang du dazu hast. Dass du auch ganz spezifisch diese Sexualität mit reinnimmst, diese körperliche Wahrnehmung mit reinnimmst, Menschen eigentlich die Möglichkeit gibst, sie selbst zu sein, aus sich herauszukommen, etwas Neues zu erleben, ein schönes Setting hast und auch dass du sicherlich ganz, ganz schön aufbaust, wenn du diese Sessions für dich gibst. Wenn du jetzt sagst, du machst was für Unternehmen, wie stelle ich mir denn das dann vor? Was machst du denn da? Da mache ich das natürlich nicht. Wir wissen ja alle, dass sie dann eher sich schämen. Es fängt ja schon an, dass sie mit dem Ausatmen häufig sich schämen. Laut Atmen geht ja gar nicht. Schade. Ist es vielleicht im westlichen Raum eher so. Nein, das ist quasi, das bin auch ich. Das ist vielleicht dann einfach die Business-Josie, wo ich sage, das ist mein LinkedIn-Profil. Ich komme aus einer anderen Historie natürlich. Das eine ist das körperliche, das weibliche und das andere ist, Atmung und Achtsamkeit in den Alltag, in den Berufsalltag zu bringen. Und ich habe halt festgestellt, Business-Yoga kann man machen, aber nicht jedes Unternehmen hat den Platz, den Raum und nicht jeder möchte in der Mittagspause Yoga machen, weil er das einfach nicht möchte, den Zugang dazu nicht hat und auch nicht schwitzen kann. Rede ich mal von Anwälten, die haben danach einen Termin. Geht halt nicht. Aber was geht, ist 15 Minuten zu atmen. Und da gibt es halt die Möglichkeit, das ja auch online als Seminar oder Workshop zu machen. Aber im Hinblick auf betriebliches Gesundheitsmanagement und Mitarbeiterzuwendung einfach zu sagen, hey, ihr habt hier die Möglichkeit, ihr müsst euch gar nicht umziehen, du kannst auf deinem Stuhl sitzen bleiben oder dich hinstellen. Und hier gibt es einen 15-Minuten-Atem-Slot mit Josi. Da geht es natürlich eher um Stressreduktion. Und Stressreduktion geht ja ganz logisch durch Box-Breathing, durch bewusste Atmung, durch, ich benutze die 4-7-8-Atmung zum Beispiel auch gerne, wo die Ausatmung fokussiert wird. Und auch dadurch, weiß ich, ist der Zugang für viele viel einfacher, vielleicht auch mal die Pause im Gehirn, weil wir alle haben so viele Gedanken, ist eben viel, viel einfacher als Meditation. Wenn ich jetzt als Meditationslehrer komme und sage, setzt euch mal hin und jetzt seid still. Das sehe ich ja schon beim Yoga morgens, wenn dann immer noch die Augen so rollen und du merkst Atmen, das ist super schwierig. Das geht im Surah. Also, ich habe es super gekonnt, in Kambodscha auf einem Retreat, wo ich war, da haben wir morgens anderthalb Stunden meditiert, da habe ich immer gedacht, oh Gott. Aber es war total toll, weil aber auch nichts drumherum war. Das ist ein ganz anderes Setting, du bist aber auch an einem anderen Ort, du wirst nicht so aus dem Alltag rausgerissen, sondern du bist schon dort. Dort, genau. Du hast dieses Gefühl, dort zu sein. Okay. Sehr, sehr cool. Wir kommen langsam auch schon zum Ende. Josy, ich würde gerne noch ein bisschen mehr mit dir quatschen. Ich habe vorhin schon gesagt, die meisten Gespräche sind ja eigentlich immer davor und danach eigentlich nochmal bei dem Kaffee, das wäre so das Ideale. Was möchtest du denn jetzt noch den Atempause Zuhörer und Zuhörerinnen einfach von deiner Seite aus noch ein bisschen als Geschenk so ein bisschen mitgeben? Sie können sich gerne bei mir melden. Ich habe neulich noch eine Kennenlern-Session gegeben, wo wir genau das mal zusammen erleben. Dann würde ich eine einrichten, wo wir sagen, wir machen mal zusammen, wenn es dich interessiert, das Sexual Breathing. Dann meldest du dich einfach bei mir. Ich werde da einen Link für reinsetzen und dann können wir gemeinsam das erleben. Das kann ich dir auch nochmal als kleine Aufzeichnung dann mitgeben. Also falls du nicht live dabei sein kannst, jetzt der Hörer, die Hörerin, das könnten sie sogar mitmachen. Und ansonsten… Da wäre ich auch gleich dabei. Ja, dann machen wir das. Das können wir gleich mal setten. Suchen wir uns einen Termin aus und dann machen wir die Stunde und dann erleben wir das. Und das andere… Die machen wir dann unten in die Shownotes nochmal rein. Genau. Und dann, genau, kann man nochmal draufklicken und dann kann man so ein Kinderland-Session mit dir machen. Genau, das andere ist, was ich dir mitgebe, vertraue dich laut zu atmen und auch mal die alle Emotionen und Rollen loszulassen, ob das dann im Schreien, im Tanzen, im Atmen ist. Loslassen ist ein Thema, was ich sehr wichtig finde. Aber auch anschauen, also nicht wegstecken von Emotionen, sondern hochholen und loslassen. Das ist so das Schöne. Gut. Sehr cool. Super. Dann vielen, vielen lieben Dank, Josi. Ich bin schon gespannt. Ich bin auf jeden Fall schon mal bei der Liste. Ich möchte es auch mal gerne ausprobieren. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit und schön, dass du da warst. Danke schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.